ich wünsche allen einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zum minecraft halloween special genau und so schön schaurig wie es klingt machen wir was recht unschauriges wir fangen einfach bei minecraft eine neue welt an die welt ist recht schön 1.8 sieht man hier häschen und ja dann gucken wir einfach mal was hier in dieser wunderschönen truhe drin ist tolle sachen zum anfang friedliches leben das ist toll so die truhe nehmen wir natürlich mit genauso wie die fackeln alles was uns am anfang gegeben wird das wollen wir natürlich nicht verschmähen und gucken dann mal rum dass wir erstmal die grundvoraussetzungen zum überleben uns sichern so kleinere sachen wie keine ahnung was holen was bauen da können wir zum beispiel noch holz abbauen dahinten warum nicht was das denn okay also was ist das warum sind das spielen wem was zur helle ist hier los ich wollte doch ein friedliches halloween special und dann kommt sowas das sieht sehr mysteriös aus ein kessel ok was passiert wenn wir jetzt auf den kessel wir bauen hier einfach mal ab mal gucken was passiert das dauert zwar ein bisschen aber das kriegen wir hin boah boah was 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 ist passiert ah ah wir hätten den kessel nicht abbauen sollen nein die welt was ist passiert please stay tuned was zur hölle ist denn hier los oh mein gott alles sieht so trostlos aus war und gruselig und kaputt selbst unser inventar hat sich verändert so leuchtend grün regelrecht böse oh weia was haben wir uns hier eingebrockt ein kleines einfaches halloween special und dann sowas trostloses land weil wir einen kessel abgebaut haben und oh nein was ist hier los was ist hier passiert oh weia oh was ist das weizenkörner in einer interessanten verpackung wahnsinn geräusche die nicht von dieser welt sind diese mysteriöse welt können wir nur erkunden dreimal vollgeklopft juhu ein kleiner erfolg auf jeden fall brauchen wir material um zu überleben man sieht unten unsere herzen die machen es auch nicht mehr lang oh weia sieht das alles trostlos aus hier eine spitzhacke haben wir auf jeden fall ein paar fackeln haben wir wir haben sogar mehrere spitzhacken eine stöcke haben wir eine truhe haben wir auch noch auch das hat sich alles verändert vielleicht eine art zeitreise oder so ich weiß es nicht ist auf jeden fall manche blümchen sind noch okay aber vieles vieles sieht hier richtig böse aus wow berge kaum wasser und der stein ich meine das ist doch nicht normal guck dir das mal an das sieht aus wie industriell gesetzte blöcke hat irgendwas unsere welt ausgetauscht das ist nicht mehr die welt die wir kennen nicht die minecraft welt die wir kennen und lieben was ist denn das pakete mit kohle aha ansonsten funktioniert noch alles wie früher wir können immer noch mit kohle fackeln herstellen auch wenn sie sehr anders aussehen lasst uns das erstmal machen oh weia was hier los ist in minecraft ein kleines helloween special und gleich wieder so ein rabatz das geht doch nicht oh je was haben wir uns hier nur angetan futuristische geräusche in einer doch eher akalyptisch wirkenden welt zufall oder gewollt wir nutzen erstmal unsere spitzhacke die wir noch aus der anderen welt mit rüber genommen haben und bauen hier erstmal in aller ruhe was war das schnell abbauen alles meine kohle alles meine finger weg oh je es wird dann auch irgendwann dunkel habe ich so das gefühl wir sollten erstmal ein stückchen weiter ziehen hier gibt es wasser ob das noch gut ist ich weiß ja hier nicht was passiert ist ich meine das könnte ja auch in irgendeiner form verseucht sein vielleicht ist das wasser ja der grund warum hier alles vor die hunde geht oh je und es wird dunkel oh was war das ja wer redet da wer redet da mit mir hilfe also wird auch ins wasser gesprungen aber es scheint doch scheint ein bisschen was zu machen oh weia oh weia oh weia oh ist das alles dunkel hier ich würde sagen wir verbuddeln uns erstmal in diesen komischen stein und gucken und gucken dass wir hier vernünftig zugange kommen zumindest zu irgendwas ein bisschen kohle in paketen haben wir ja mittlerweile ah holz wenigstens das akadienholz sieht noch normal aus das eichenholz allerdings nicht das scheint von irgendwas befallen zu sein werkbank alles klar wenigstens das haben wir schon mal und damit können wir jetzt auch arbeiten und auf jeden fall hier noch ein paar stöcker die sind wiederum nicht so schön mit so ein paar stöcker ein paar fackeln die werden wir auf jeden fall brauchen oh weia und dann bauen wir uns gleich mal neue sachen aus bruchstein der auch ganz mysteriös aussieht was haben wir da eine steinspitzhacke haben wir jetzt sehr gut würde ich sagen können wir mit dieser steinspitzhacke gleich noch einen neuen stein holen in der hoffnung dass wir vielleicht auch noch einen ofen hinkriegen jawohl das funktioniert alles wie früher auch sieht allerdings auch ein bisschen anders aus wir müssen weiter und tiefer buddeln uns vor den gefahren der welt verstecken ja dieser stein scheint nicht betroffen zu sein von was auch immer hier passiert ist oje vielleicht ist ja auch keine ahnung ich höre schon wieder wasser könnte wasser wirklich gefährlich sein man weiß es nicht hier ist auf jeden fall noch ein bisschen kohle in paketen wie auch immer kohle in so einer komischen welt hinterlässt in paketform wir danken ihnen auf jeden fall für die kohle die wir haben viel wichtiger wäre es allerdings ganz ganz langsam hier ein wenig nahrung irgendwie zu beschaffen in dieser welt die mir nicht ganz geheuer scheint ohje eine höhle ohje was ist denn das Roboterartige Tiere die hier rumfliegen vielleicht doch irgendwas mit zukunft ok hier ist auf jeden fall wasser die frage ist immer noch ist wasser ein gutes zeichen oder ist das eher ein schlechtes zeichen wir nehmen es jetzt einfach mal als ein gutes zeichen und gucken was das hier ist Eisen Eisen in Kastenform das nehmen wir natürlich dankend an und wundern uns wo die seltsamen geräusche herkommen wahrscheinlich nicht von ungefähr so nehmen wir alles mit alles mitgenommen und hoffen dass es davon noch mehr gibt wenn das Eisen so funktioniert wie eine andere Welt dann können dann können wir uns glücklich schätzen denn wir haben Eisen gefunden und nicht so knapp hier oben ist auch noch welches ich höre die ganze zeit komische geräusche das irritiert mich sehr ok wieder zurück oder ich weiß es nicht Gefahren könnten überall dauern und anscheinend aber nicht ok versuchen wir das Eisen in eine Form zu bringen die uns etwas bringt ja komm die ganze Kohle wir haben genug ah die Kohle wirkt als Energieträger in diesem Ofen interessant zieht da was? nein ok komm schon Eisenbarren in Zahnradform aha nehmen wir mal wieder raus die Kohle verheizen wir lieber sowas so Werkzeuge die wir nicht mehr brauchen und warten kurz dass wir mit weiteren Eisen vielleicht etwas anstellen können Schmiedekunst wir haben uns Zahnräder gespielt können wir damit was Gutes anfangen uns vielleicht wehren mit indem wir uns auf altmodische Art und Weise ein Schwert bauen eigentlich kriegen wir kein Schwert raus sondern einen Hammer der zwar Schwert heißt aber hey besser als nichts oder? zu den Waffen vielleicht können wir uns jetzt sogar schon wehren gegen die Gefahren der Welt genug Eisen hätten wir eigentlich auch um uns noch eine Rüstung zu bauen uns etwas zu schützen momentan stehen wir recht schutzlos da ja die Nacht ist tief und lang tief und lang und wir brauchen mehr ich guck jetzt nochmal runter in der Hoffnung vielleicht noch das ein oder andere sinnvolle sinnvolle für uns ergattern zu können hier ist schon wieder dieses Rappertort hier scheint uns aber nicht wirklich böse zu sein dass wir hier sind scheint uns nicht feindlich eingestellt zu sein das Wasser das Wasser das werden wir mal kurz unterbinden das Wasser das werden wir mal kurz unterbinden okay wir hören auf jeden Fall Geräusche die uns nicht behagen ganz und gar nicht das klang sehr nah das klang sehr nah das klang sehr nah hallo ist da wer irgendwer im tiefen dunklen Loch okay das haben wir abgebaut war ja sonst noch da oben ist noch welches das nehmen wir alles mit das können wir auf jeden Fall alles gebrauchen es ist wichtig für unser überleben dieses dieses Tier oder Maschine oder was auch immer es ist das ist auf jeden Fall sehr nervig weil es die ganze Zeit um uns herum schwirrt ich mache ein paar Kisten Kohle ich nehme auch noch mit solange wie wir es können ja es wird langsam immer mehr Radioaktivität hier also zumindest ist das ein radioaktives Zeichen hat dann vielleicht die ganze Sache was mit Radioaktivität zu tun könnte das die Erklärung sein warum hier alles so übel aussieht alles so mysteriös verkommen und was hatte dieser Funkspruch zu sagen oh 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 Leute 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 das ist mal eine ganz andere Geschichte des Survivalen hier in Minecraft wie schon gesagt eigentlich nur eine kleine Runde einfaches Minecraft Survival und jetzt sind wir hier und wissen gar nicht wie uns geschieht der Tag bricht langsam ein das ist sehr gut wir werden mal noch ein paar Dinger verfeuern und uns vielleicht nochmal kurz hier in der Gegend umgucken solange wie hier alles brennt so können wir schon etwas sinnvolles bauen nein uns fehlt tatsächlich ein Eisen nein wir können doch was bauen ja sehr gut eine Rüstung wenn auch nur auch wenn es nur mein altes Sportutensil ist besser als nichts allemal jetzt fühlen wir uns wenigstens schon ein wenig sicherer in dieser grauen bösartig scheinenden Welt obwohl das Wetter heute eigentlich ganz schön ist wir gucken einfach mal weiter vielleicht finden wir ja ein bisschen Nahrung Hunger wird auf jeden Fall auch ein Problem vielleicht können wir auch mit vernünftiger Nahrung ein bisschen unseren Zustand verbessern von wegen dass uns langsam schlecht wird von der ganzen Sache die uns hier umgibt ich weiß es nicht wir können es nur versuchen versuchen zu überleben so ich würde sagen auch wir ziehen weiter hier hält uns nicht mehr viel was zur was ist das wer redet da woher kriegen wir diese anscheinend Funksprüche aber ja wir nehmen alles mit so hier bauen wir uns nochmal aus den vorhandenen Dingen eine Bohrmaschine geil so und dann nehmen wir das hier auch mit jetzt egal so bauen wir uns mit der Hand ab effektiver besser und ich würde sagen weiter geht's wir müssen hier auf jeden Fall weg wir werden anscheinend beobachtet was ist das okay scheinen wir uns aber auch oder es sind keine Tiere nicht wirklich es sind mehr Maschinen mehr Maschine als Tier hier so wir gucken mal ob wir hier hochkommen den Berg hinauf erklimmen schaffen wir das ich hoffe es doch auch mit großen Mühen wir müssen uns da jetzt einfach durchkämpfen wir müssen uns da jetzt einfach durchkämpfen dreckige Erde mit den Fingern weg holen wir hätten uns auch eine Schaufel bauen können aber ich will etwas sparsamer mit den Ressourcen umgehen die wir haben hoffentlich ist das die richtige Entscheidung wir brauchen auch langsam was zu essen in der Hoffnung dass unser Zustand dann sich wieder verbessert hallo Licht sind wir denn schon fast oben komm schon hätten uns echt einen einfachen Weg suchen können aber wir haben so Hunger Hunger Durst alles Schnee gibt es hier auf jeden Fall und und oh was ist das was ist das ein Ei ein mechanisches Ei so wie mir scheint und Roboter die rohes Hühnchenfleisch in Dinosaurierform fallen lassen sehr interessant naja vielleicht schon mal was vielleicht schon mal was zu essen besser als nichts in der Not frisst der Teufel die Wurst auch ohne Brot sagt man doch so schön wir nehmen einfach mit was wir können und ziehen weiter in der Hoffnung bald etwas zu finden was uns weiterhilft eine große Ebene was ist das scheint auf jeden Fall zu leben oder auch nicht es bewegt sich auf jeden Fall es sind Roboter Schafe auch die bringen eigentlich was Gutes zu essen Tatsache in den Roboter Schafen ist auf jeden Fall noch Hammelfleisch drin neben weißer Wolle die sehr dreckig und kaputt aussieht nutzen wir einfach was wir können aus dem was uns gegeben ist wieder diese fliegenden Mechanikdinger einen Sumpf der so gut wie kein Wasser beinhaltet diese Welt ist einfach grausam grausam grausame Welt was ist das noch mehr Schafe Roboter Schafe und Roboter Hühnchen wie es mir scheint und Kühe oder zumindest was von Kühen übrig ist Oje 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 Mine Was für eine Welt kotzende Kühe und sind das sollen das Schweine sein oder waren das mal Schweine ich weiß es nicht es sieht auf jeden Fall ich hoffe es ist uns freundlich gesinnt was auch immer es ist Uah ich glaube es sind Schweine ich glaube es waren mal Schweine Oje 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 wir gucken nach rohes Schweinefleisch zumindest es waren anscheinend mal Schweine hier gut ich würde sagen das sieht mir auf jeden Fall nach einem guten Lagerplatz aus hier können wir auf jeden Fall uns erst mal eine Basis aufbauen von der wir operieren können von der wir versuchen können zu überleben dazu brauchen wir auf jeden Fall verschiedene Dinge erstmal den Ofen und die Werkbank und dann braten wir uns erstmal ein paar, was auch immer das sein soll. Davon braten wir uns erstmal ein wenig. Zudem werde ich mir gleich mal eine Axt bauen. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. So, sehr futuristisch die Axt. Dankeschön. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Holz zusammen kriegen. Vielleicht uns auch noch ein Häuschen daraus bauen können. Vereinzelte Blumensähe stehen hier noch und sehen auch gar nicht so schlecht aus. Ah, es geht schon viel besser mit der Axt hier. Komm, komm Holz. Dankeschön. Ja, viel... Viel haben wir nicht mehr. Wir sind kurz vor der vollen Radioaktivität, so wie es mir scheint. Jetzt bin ich mal gespannt, ob gebratenes Hühnchen in Salamanderform uns hilft. Mh, hat das gut geschmeckt, aber es scheint zu helfen. Und solange es das tut, werden wir in den sauren Apfel beißen müssen. Obwohl der gar nicht sauer ist, der Apfel. Bäh. Und gleich mal noch das Schweine- und das Lammfleisch braten. Auf jeden Fall hat das Essen geholfen, auch wenn es fürchterlich schmeckt, hat uns geholfen, hier ein bisschen zu überleben. Ich würde sagen, wir brauchen noch mehr Holz. Da führt irgendwie kein Weg dran vorbei. So. Denn es wird nämlich schon langsam wieder dunkel. Wie gruselig diese Viecher aussehen, ey. Hier ist nur Sumpf. Sumpf, 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 und noch mehr Sumpf. Oh je. Wir gehen uns lieber mal wieder zurück. Wenn es jetzt schon wieder so dunkel wird. Tote Fische. Hier rumschwimmen ist ja widerlich. Die würde ich nicht essen wollen. Vielleicht auch besser so. Vielleicht suchen wir uns auch erstmal eine Höhle, oder? Was ist das? Oh, weia. Es sieht auf jeden Fall nicht sehr freundlich aus. Es kommt direkt auf uns zugelaufen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es freundlich ist. Es war ein Monster. Sonst hätten wir nicht den Tiddle Monsterjäger bekommen. So, den Rest nehmen wir mal mit. Und ich würde sagen, wir hauen uns hier schnell in den Berg rein. Bei uns hier eine kleine Unterkunft. Uns bleibt großartig nichts anderes übrig. Oh je. Was ist mit dem Mond passiert? Er ist zerbrochen. Ist das der Grund, warum hier alles vor die Hunde geht? Ich habe keine Ahnung. Es ist ja furchtbar. Erstmal hier reinbuddeln. Wir brauchen erstmal eine Bleibe für die Nacht. Wer ist das denn? Lasst es uns gar nicht erst herausfinden. Eine Truhe haben wir. Eine Werkbank. So, äh. Eichenholz. Eine Tür. Dann sind wir schon mal ein wenig sicherer. Puh. Kohle gibt es auch. Sehr schön. Wir wollen uns mal aus einem hübschen Eichenholz und ein wenig Wolle ein gemütliches, dreckiges Bett. Schade. Die Wolle macht dann doch das meiste her. Und das Bett ist trotzdem dreckig. Aber vielleicht können wir wenigstens eine Nacht ruhen. In dieser brutalen Welt. Es verbrennt anscheinend im Licht. Was auch immer es ist. Es scheint menschlich zu sein. Wir haben es erlöst. Juhu. Und. Oh weia. Oh weia. Welt. Was ist hier los? Eine Tasche. Okay. Was war das für eine Tasche? Knochen. Nur Knochen in der Tasche. Oh je. Oh naja. Das ist auf jeden Fall schon mal der Anfang vom Ende. So wie es mir scheint. Hier geht einiges ab. Und. Ich bedanke mich. Bei euch fürs Zuschauen. Denn das war schon die erste Folge. Unseres Halloween Specials. Wie man sieht hier ein bisschen jetzt mal. Außerhalb des Charakters. Eine sehr trostlose Welt. Wir haben einfach mal mit einem neuen Texture Pack rumgespielt. Ein bisschen. Das versucht in Szene zu setzen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Morgen geht es weiter. Morgen ist Halloween. Ich hoffe ihr freut euch da drauf. Ich werde es erst mal. Jetzt die drei Tage. Also heute. Den Tag vor Halloween. Morgen Halloween selber. Und den Tag nach Halloween laufen lassen. Wir haben hier ein bisschen rum survivalen. Und das Ganze mal ein bisschen angucken. Wie das Texture Pack heißt. Und alles. Das seht ihr unten in der Videobeschreibung. Das habe ich da reingetan. Hoffe ich zumindest. Falls ich es nicht getan habe. Macht mich bitte darauf aufmerksam. Aber sollte eigentlich passiert sein. Vor allem jetzt wo ich es gesagt habe. Und ich würde sagen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn es wieder weiter geht hier. Mit dem verwunschenen Kessel. Der uns dieses ganze Dilemma eingebrockt hat. Bis dahin bedanke ich mich nochmals bei euch fürs Zuschauen. Und sage, haut's rein. Und ciao ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute.